ja jetzt haben wir heute noch was ganz besonderes für euch es wird nämlich jetzt in folge noch zwei kurzfilme geben und ihr habt die chance die beiden regisseure kennenzulernen der erste regisseur den wir jetzt hier haben es ist der adi hallo adi wir haben jetzt gleich im anschluss die möglichkeit einen kurzfilm von dir zu sehen die mauer bevor wir zu dem film kommen vielleicht mal kurz noch was zu dir was ist denn so so deine geschichte dein werdegang und wieso machst du kurzfilme ja ich mache kurzfilme weil man mit kurzfilm im prinzip der industrie zeigen kann dass man in der lage ist ein kurzfilm zu produzieren also mit kurzfilmen verdient man jetzt nicht unbedingt geld sondern das ist wirklich eher so eine art visitenkarte und ich bin halt irgendwie noch nicht aus diesem prozess rausgekommen also ich habe jetzt die letzten vier jahre einige größere kurzfilme produziert bin sehr stolz drauf und da muss jetzt danach auch mal langsam die phase kommen wo man sagt okay jetzt muss ich mal irgendwie auch mal geld verdienen dem was ich mache also spielfilm serie und da habe ich auch konzepte und die werden ausgearbeitet und jetzt hast du gerade gesagt na kurzfilm ist eine ist eine visitenkarte und jetzt nicht so viel geld darum gekommen aber erfolg hast du ja durchaus gehabt mit mit deinen kurzfilmen ja kann man sagen also die kurzfilme liefen gott sei dank auch international also ich konnte da schon so ein bisschen aufmerksamkeit auch in la auf sich ziehen und bin auch in der auswahl bei den oscars gelandet und das war schon ist schon ein cooles gefühl dann auch dabei zu sein und du bist ja nicht nur einmal gelandet sondern ja viermal ja das ja ruhig mal sagen zu dem film den wir heute sehen werden kannst du ohne zu viel zu spoilern vielleicht ein bisschen was dazu erzählen wie es zu dem film kam und worum es dir dabei geht also ich wollte in erster linie etwas historisches machen also und wollte das ganze aber auch mit so ein bisschen meine eigenen familiengeschichte verbinden weil wir sind über gesiedelt von polen nach deutschland also von ost nach west und irgendwie hat mich diese geschichte halt getrieben eine eine figur zu erzählen die von ost nach west deutschland übersiedelt und gleichzeitig halt in diesem neuen leben sich eine art lügen konstrukt aufbaut eine mauer und das ganze hat dann aber auch was mit der berliner mauer zu tun und mit der stasi und wie das im grunde genommen zusammenhängt das muss man natürlich dann den kurzen gucken aber es ist es ist ein drama ist es eine emotionale geschichte es ist eine familiengeschichte und ich denke es hat eine schöne auflösung geht das heißt ich kann mich auf spannung einstellen aber auch auf eine schöne auflösung am ende das ist der plan ja vielen dank und ich wünsche euch ganz viel spaß bei dem film und Zur Lage der DDR-Flüchtlinge gibt es zwischen Bonn und Ostberlin Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Liebste Eva, ich habe das Gefühl, ich habe dich und Paul im Stich gelassen. Ich weiß, hierher zu kommen war die richtige Entscheidung, aber ohne euch fühle ich mich so unglaublich allein. Ich spreche die gleiche Sprache, ich trage die gleichen Sachen, aber ich bin nicht mehr als ein Fremder, ein Flüchtling. Ich vermisse euch, euer Frank. Hey Frank, wir wollen ein Bier trinken, vorne an der Ecke. Kommst du mit? Nee, danke. Ossi kommt nicht mit. Ossi kommt nicht mit. Ach, der ist ja eh nur Rindergalle gewohnt. Oh, danke. Liebe Eva, Berlin ist groß, riesig und wir haben immer gedacht, auf unserer Seite sei es gigantisch. Ich habe eine große Wohnung, in der ich oft an euch denke. Paul könnte hier Autorennen im Wohnzimmer veranstalten. Ich wünsch dir, ihr wärt hier. Ich vermisse euch. Herr Kraft, wissen Sie, was politisch-ideologische Hetze und Propaganda ist? Ich denke, ja, natürlich. Und Sie wissen, warum Sie hier sind? Nein, ich habe nicht. Ich bin ja kein Hetzer. Also glauben Sie, dass wir willkürlich rechtsschaffende Bürger in der Warsan nehmen? Das ist alles einfach nur ein Missverständnis. Ihr Chefredakteur hat zugegeben, provestiges Gedankengut zu verbreiten. Ihr ganzer Verlag scheint mit Gegnern unsere Staates belegt zu sein. Ich frage Sie noch einmal. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Gibst du mir mal die 684 da vorne? Danke. Ich bin Sabine. Frank. Du bist seit ein paar Monaten hier, oder? Mhm. Von drüben. Wer sagt das? Aber man hört so einiges. Wie geht es dir denn? Hast du dich gut eingelebt? Mir geht es gut, danke. Wenn du schon keine Lust hast, mit deinen Kollegen einen Trinken zu gehen. Hast du nicht Lust, mit mir nachher im Park spazieren zu gehen? Welcher Park? Im Stadtpark, am Ende der Straße. Wozu? Da schmeckt die Stulle besser. Ein bisschen Frischluft tut er vielleicht auch mal ganz gut. Okay. Gut. Gib mir ein paar Minuten. Wir treffen uns dann am Ausgang sechs. Da hinten im Teich gibt es Schildkröten. Wenn die Sonne scheint, dann liegen die da hinten auf den Wurzeln. Mein Sohn Ben findet die total spannend, obwohl die eigentlich gar nichts machen. Naja, kindliche Begeisterung halt, ne? Ist dir kalt? Ne. Dir? Nein. Dann würdest du mir sonst deine Jacke geben? Hab dich doch nicht so, war dann nur ein Spaß. Das macht mir der Pfiff da vorne. Um die Uhrzeit muss er nicht arbeiten. Der sieht mir nicht aus wie ein Arbeiter. Naja, der macht vielleicht Pause oder sonst was. Der Park ist für alle. Sag mal, wie war denn das mit dem Rüberkommen so? Warum willst du das wissen? Man hört so viel und ich kenn sonst keinen... Keinen was? Was willst du überhaupt von mir? Jetzt bleib doch... Ich will dir doch gar nichts. Und warum läufst du da mit einem wildlanden Mann durch den Park? Was soll denn das? Jetzt mach mal halb lang. Ne, 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 will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Liebste Eva, je länger ich hier bin, umso schlimmer wird es. Ich glaube, ich werde beobachtet oder ausgehorcht oder getestet. Es zerreißt mich schon genug, nicht bei euch zu sein, aber jetzt auch noch das? Wann hört das auf? Lernen Sie mir noch einmal die Namen aller Mitarbeiter Ihres Verlages. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Die Namen, Häftling 117. Chefredakteur Benedikt Lehmann, Maximilian Scherben, Ernst Ludwig, Max Kirchner, Dennis Förster. Wer sympathisierte mit Herrn Benedikt Lehmann? Ich weiß es nicht, war noch nicht so lange im Verlag. Sie haben hier eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Für den Sozialismus. Für unser großartiges Land. Oder? Sie entscheiden sich dagegen. Dann sind Sie ein Verräter. Möchten Sie das sein? So oder so, Sie werden sich den Dingen stellen müssen. Am Ende finden wir alles heraus. Frank? Sabine, was machst du hier? Wir haben dich gesehen, wir wollten gerade einkaufen gehen und da dachte ich, ich stelle dir Ben vor. Du erinnerst dich? Ähm, nee. Na, du bist mir ja ein toller Zuhörer. Bist du mir gefolgt? Sagst du jetzt Hallo? Das ist Ben, mein Sohn. Ben, das ist Frank, mein lieber netter Arbeitskollege, der ein bisschen einen an der Klatsche hat. Hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt einkaufen. Ja, aber ich war ja gerade. Bananen und Litermilch für die ganze Woche? Tut mir leid, aber das kann ich als gute westdeutsche Mutter nicht durchgehen lassen. Komm. Komm. Hast du eine Freundin? Magst du Menschen nicht oder so? Mich? Magst du mich? Doch, doch, du bist nett. Wenn auch. Es tut mir leid. Was tut dir leid? So vieles. Zeig mal, wenn was das nicht macht. Moment. Mike? Da fliegt das Aua. Achtung, ich bände dir das ab. Okay. Zeig mal deine Hände. So schmutzig, ne? Mach mal nachher sauber. Oder willst du schon gehen? Nee. Auf geht's. Guten Tag. Sie haben die Wohnung mittel links, zweite Etage. Nicht wahr? Ich bin mitte rechts. Sönke. Ich entschuldige mich, dass es lauter geworden ist. Mein Bruder und seine Familie sind für ein paar Tage zu Besuch. Und da sind die Kinder etwas lauter. Wir wissen ja, wie Kinder sind. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin allein. Na ja, kommt Zeit, kommt Rat, wie ich immer sage. Noch einen schönen Tag. Na ja, kommt Zeit, kommt ihroug. Hitze. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ich habe nichts damit zu tun. Politisch-ideologische Hetze und Propaganda. Wissen Sie, was das ist? Ja. Nennen Sie mir die Namen Ihrer Mitarbeiter. Die Namen. Max Scheer und Ludwig Ernst. Stürtner Manfred. Dennis Scheer. Und Max Kirchner. Wer sympathisierte mit Demokratie jetzt? Dann kommt dein Papstack nach Hause. Habe ich Sie nach Ihrer Meinung gefragt? Nein, aber ich... Dann halten Sie die Klappe. Das hat alles ein Ende, wenn Sie die Wahrheit sagen. Aber sonst geht es euch gut, ja? Jetzt ist aber gut. Möchtest du auch stehen, Ben? Ja. Okay. Danke für den schönen Abend. Das hat gut getan, so ein Abendessen mit einem anderen Erwachsenen. Wer ist denn hier erwachsen? Ben gefällt es dir auch. Er mag dich. Weißt du, bislang hat sich noch nicht der Richtige gefunden, der Lust hatte, Papa zu spielen. Seitdem Uwe tot ist, ist alles nicht so einfach. Ich wurde verhört. Gefoltert. Ich musste weg. Ben. Das ist nicht dein Auto. Schon in Ordnung. Das sollte eine Überraschung werden für... Ja, für dich. Willst du es haben? Was sagt man? Danke. Liebe Eva, seit meinem letzten Brief ist etwas Zeit vergangen. Ich denke jeden Tag an euch und würde euch so gerne wiedersehen. Hier gibt es einen Park in der Nähe meiner Wohnung. Wir könnten dort picknicken oder ein Eis essen oder ich könnte mit Paul Fußball spielen. Ich liebe euch. Ich vermisse euch. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau und Ihr Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Das kann man nicht. Sie lügen. Ich habe den Bericht hier vor mir liegen. Außerdem hat einer Ihrer Kollegen gegen Sie ausgesagt. Chefredakteur Benedikt Lehmann. Wissen Sie, was das für Sie bedeutet? Wir werden Sie noch eine ganze Weile hier behalten. Wir werden Sie, was das für Sie bedeutet. Wir werden Sie, was das für Sie bedeutet. Ich habe etwas Angst. Wir werden Sie, was das für Sie ist. Wir werden Sie, was das für Sie geben. Wir werden Sie, was die Schreie Toten sehen, Sie sehen. Überraschung! Ich hab Ben heute bei einer Freundin gelassen. Wir können also... Was ist? Ich muss dir was sagen, die Zeit mit dir und mit Ben, die hat mir so viel gegeben. Aber? Ich hab ne Familie. Ich wollte das schon viel früher sagen, aber... Es tut mir leid, dass ich so weit gekommen bin. Es tut mir leid, dass ich so weit gekommen bin. Es tut mir leid. Was ist dir... Was ist? Was ist das? So zerbrach die am stärksten gesicherte Grenze der Welt am Ende, weil eine Handvoll ihrer Bewacher sie nicht mehr schützen konnte gegen das Volk und nicht mehr schützen wollte. Die Agenturmeldungen hatten Zehntausende mobilisiert. Ich kann es kaum glauben. Unfassbar ist das. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass Sie über die Zonengrenze ins freie Westdeutschland kommen. Was haben Sie jetzt vor? Mein Papa besuchen. Das ist ja jetzt das erste Mal. Ja, willkommen zurück. Ihr habt jetzt gerade die Mauer gesehen und habt jetzt noch die Chance, einen zweiten Kurzfilm zu sehen. So Gott will. Und der Regisseur dazu, der sitzt mir jetzt gegenüber. Das ist der Tommy. Hallo Tommy. Hi, freut mich. Vielleicht auch ein paar Worte zu dir. Also was ist so deine Geschichte? Warum machst du Filme und warum auch Kurzfilme? Also ich kann mich da an das anschließen, was der Adi vorhin schon gesagt hat. Wir haben sogar in der gleichen Akademie studiert, an der Ruhr Akademie. Ich habe einfach Leidenschaft für Film entwickelt und also für mich entdeckt und wollte das dann machen. Hat aber bei mir einige Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, ich komme eigentlich aus der Unternehmensberatung. Weil in dem Bereich dann tätig ist, im Gesundheitswesen und habe dann bei mir einfach gemerkt, dass irgendwas fehlt. Dann habe ich alle Zelte abgebrochen und habe erstmal als Barkeeper gearbeitet, um mich selber zu finden. Und bin dann auf einen Kollegen gestoßen aus dem Abi, der Filme macht oder irgendwas, der als Mediengestalter gearbeitet hat. Dann haben wir entschlossen, das erste Drehbuch zu schreiben und den ersten Kurzfilm zu machen. Und von da an wusste ich, hey, das ist das, was ich machen will. Und wie viele Jahre sind das jetzt dann schon seit dieser Umentscheidung? Ich bin ja 37 und ich habe mit 28 angefangen zu studieren. Ja, also ich habe dann von 28, ich habe irgendwie viereinhalb Jahre, habe ich dann Filmregie studiert. Und seitdem arbeite ich als freier Filmemacher. Und dieser Film jetzt so Gott will, was ist die Geschichte zu dem Film? Also auch hier Vorsicht, nicht zu viel Spoilern, aber warum sollte ich den Film vielleicht anschauen? Und was willst du damit erzählen oder wie kamst du da drauf? Okay, also in den Filmen geht es generell um die eigene Freiheit. Also welche Entscheidungen man treffen muss, um wirklich frei zu sein. Es geht halt um zwei Menschen, die grundverschieden sind und sich zufällig in einer Nacht begegnen. Und beide halt vor einer großen Entscheidung im Leben stehen. So viel dazu. Das Interessante bei So Gott Will ist, als ich angefangen habe Filmregie zu studieren, im ersten Semester war, habe ich alle Inhalte, die ich gelernt habe, die habe ich direkt angewandt auf eine Webserie, an der ich gearbeitet habe. Und das Ganze ist dann sehr, sehr groß geworden. Und ich habe angefangen, den einzelnen Figuren Backstories zu schreiben. Das ist halt ein Ensemble-Stück aus acht bis zehn Personen, sozusagen. Und So Gott Will ist quasi die Backstory von einer dieser Personen. Ja, das ist daraus geworden also, wenn man einfach anfängt, an Charakteren zu arbeiten. Das heißt aber auch für die Menschen, die jetzt den Film schauen oder geschaut haben dann später und die sagen, ich interessiere mich jetzt aber irgendwie noch für den Rest. Also wenn das jetzt die Backstory ist, wo können die das sehen? Du musst mir an die Daumen drücken, dass ich diese Webserie oder diese Serie irgendwann mal produzieren werde, realisieren werde. Okay, also Daumen drücken da draußen. Dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und euch ganz viel Freude mit dem Film. 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 8, 2, 3, 5, 10, 4 Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Alles klar. Alles gut? Was läuft bei dir? Wo ist auch ran? Auch ran, ist drüben. Danke. Wie geht's dir? 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 Und? Wie lange bist du schon draußen? Warum? Wolltest du nicht besuchen kommen? Konstantin meint, du hast dich nicht gemeldet. Konstantin. Ich dachte eh nicht, dass du weiter musst. Okay. Was mit deiner Hand passiert? Training. Hey! Heute Nacht verwendest du nur Diesel. Ein Bier. Verschwinden einfach aus deinem Laden. Du hast sowieso kein Geld. Weißt du genau, was du hier willst? Penner! Musik Fuck! Wie war die Tagesschicht? Wie soll es schon gewesen sein? Flughafen! Ja. Gott! Führen Sie, fahren Sie mich zum Flughafen, bitte. Alles klar, Chef. Ich bezahle Sie später, ja? Ich kann Sie zur Bank fahren, da können Sie Geld abnehmen, okay? Mir wurde mein Portemonnaie gestohlen. Ja und? Schauen Sie mal, da vorne die O-Bahn fährt direkt zum Flughafen. Sie haben Glück, die letzte fährt gleich in zehn Minuten. Ja? Ich habe die Pralinen. Umgeöffnet. Ja. Ich muss die Bahn nehmen. Was ist passiert? Mir wurde mein Portemonnaie gestohlen. Und was ist mit dem Code? Hab ich im Kopf. War irgendwas im Portemonnaie drin? Ja, nein, alles sauber. Wo wollen Sie denn hin? Bist du sicher? Das war einfach nur ein besoffener Obdachloser. Okay, wir kümmern uns später drum. Du triffst die Koaten um ein Uhr im Flughafen Terminal A Eingang. Und du musst den Speicherstick noch freischalten. Liegt eine Menge für den Stick. Der Stick hat einen Sicherheitsmechanismus. Nach 24 Stunden werden alle Daten gelöscht. Rapper, es ist einfach. Du übergibst den Stick, schaltest ihn frei und verpiss dich wieder. Keine Diskussion, keine Ablenkung. Und so Gott will, bist du da schnell wieder draußen. Gott hilft nur denen, die sich selbst helfen. Sondern bist du denn so gläubig geworden? Ach ja, und noch was? Du öffnest das Paket erst kurz bevor du dich mit den Koaten triffst. Hast du verstanden? Warum? Tu's einfach. Und pass auf, dass dir keiner folgt. Rapper. Rapper. Bist du verrückt geworden? Beruhig dich. Du hättest mich auflaufen lassen. Komm runter. Verdammt Konstantin, wenn man mich mit einer Waffe erwischt, dann bin ich gefickt. Du bist hier nicht auf Bewährung. Hör zu. Nein, ich werde die Waffe auf gar keinen Fall benutzen. Auf gar keinen Fall. Sie ist nur zu deinem Schutz. Nein. Nein, nein. Ich dachte der Auftrag wäre sicher. Dein Fehler beim letzten Auftrag hat uns viel gekostet. Und dich auch. Du hast heute die Chance deine Schulden zu begleichen. Versau das nicht. Entschuldige. Aber ey, wann kommt denn die Oma? Keine Ahnung, ich glaub die kommt gar nicht. Egal. Auf dich. Hi. Hallo. Ja. Fährt die Bahn zum Bahnhof? Die nächste Bahn fährt zum Bahnhof, ja. Kann man noch um die Zeit was essen? Ja, es gibt einen Chinesen. Und italienisch? Nee, Italiener gibt's da jetzt nicht. Einen Chinese, da können wir zusammen hingehen, wenn du bist das. Ja. Danke, ja. Entschuldige, ich muss meinen Kollegen mal kurz mitnehmen. Schönen Abend. Okay. Saint Laurent. Schönen Abend. Anderegän. Kau. Bist du klar? Ja. Gut. Was haben die gerade mit den Infos vor? Seit wann interessiert dich sowas? Keine Ahnung, was sie drin mit dir gemacht haben. Aber Rafa, besser du kommst wieder auf die Spur. Ein Uhr, Übergabe am Flughafen. Enttäusch mich nicht. Ich will heute ballern. Mit deiner Hand oder was? Aha, sehr witzig. Ich hab noch was für euch. Gefällt euch das? So ein Opfer, der Typ. Mein Kumpel und ich, wir haben da noch so eine Wette offen. Hey, mein Kollege redet mit dir. Ich aber nicht mit ihm, okay? Komm schon, ist doch so eine schöne Nacht. Die wird noch viel schöner. Na, Schatz, wie geht's dir alles gut? Romeo, verpiss dich, Mann. Irgendwo, du packst jetzt deine Sachen und haust ab, Mann. Alles in Ordnung bei dir? Scheiße, das war die letzte Bahn. Warte, ich mach kurz einen Anruf. Scheiße! 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 Hast du ein Handy dabei? Wo musst du hin? Zum Flughafen. Was machst du überhaupt hier? Das ist doch deine Station, oder? Okay, egal. Ich find's schon irgendwie zum Flughafen. Hat mich gefreut. Pass auf dich auf. Ich, du gehst du damit, Pflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl Die ist unterwegs ausgestiegen. Was willst du so spät am Flughafen? Jemanden abholen. Ohne Auto. Ist das ein Verhör? Nein, es ist nur seltsam. Du steigst nachts mitten in der Pumpe aus, du weißt nicht, wo du bist, wo du hin willst. Das ist seltsam. Warte, ich kann nicht so schnell. Ich hab's eilig. Mach den Lärm aus. Herr Sutansoy. Der hat die Straßenbahn genommen. Wir sind dann ja dran, keine Sorge. Herr Sutan... Ja. Alles gut. Hattest du mich nun verbannt? Du bist sehr aufmerksam. Was ist mit deinen Handen passiert? Ach, nichts. Hat mich geschnitten. Darf ich mal sehen? Was waren das eigentlich für Typen? Sind wir hier bei einem Verhör? Schau. Das ist eine Tanke. Dort mache ich einen Anruf und dann holt uns jemand ab. Ich werde am Flughafen abgesetzt. Und du musst dem Fahrer nur sagen, wohin du willst. Zigarette? Wozu dann das Feuerzeug? Was ist das für ein Feuerzeug? Eins, das Feuer macht. Scheinbar nicht. Darf ich mal sehen? Ich gebe es dir auch zurück. Versprochen. Raphael. Und du? Hast keinen Namen, was? Das ist kaputt. Hat das einen besonderen Wert für dich? Das ist arabisch. Und was heißt das? Das würdest du nicht verstehen. Wie kommst du darauf? Darum. Hast du von deinem Freund was? Gibt es her. 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 Du bist anstrengend. Du bist anstrengend. Entschuldige. Dort ist die Tanke. Da kannst du warten oder jemanden anrufen. Ich habe es von einem alten Mann bekommen. in die Hand genommen und mir direkt in die Augen gesehen. Wenn du vor einem Scheideweg stehst, nimmst du in die Hand. Es wird dir den Weg weisen, mein Kind. Es wird für dich brennen, wenn der richtige Moment gekommen ist. Und hat es schon gebrannt? Es ist kaputt. Es kann nicht brennen. Diese Nachrichtensprecherin, das ist meine Mutter. Und der Mann war blind. Schon seit drei Jahren. Er konnte absolut nichts sehen. Und vor welcher Entscheidung stehst du? Wenn du jemandem ein Versprechen gibst, dann solltest du dein Wort auch halten. Nicht? Schon gut. Jemand, der einen schlecht behandelt, dem ist man nichts mehr schuldig. Ja. Wir haben alle unsere Verpflichtungen. Glaubst du? An Gott. Ein Schicksal. Ein Irgendwas. Wir gehen. Schon gut. Taxi! Raphael, wir gehen. Jetzt! Fahren Sie los, bitte. Ich bin noch auf dem Weg nach Hause. Kannst du uns noch einen Flughafen bringen, bitte? Boah, ich hab's eilig. Ich kann euch allerhöchstens beim Kollegen rauslassen. Ich bitte Sie. Bitte. Es ist sehr wichtig. Dankeschön. Wer sind die? Freunde von meinem Mann. Und was wollen die von dir? Sie machen nur, was ihnen aufgetragen wurde. Von deinem Mann? Zu meinem Mann. Du kommst von einer Feier? Mhm. Die war wohl nicht so gut. Nein. Was ist mit dir? Ich seh da keine Narben. Jedenfalls keine körperlichen. Wofür steht das? Standes. Manchmal ist das nicht so einfach, sich zu lösen, nicht wahr? Wir haben alle unsere Verpflichtungen. Was soll das? Halten Sie an. Fahren Sie weiter. Sind das eure Freunde, oder? Oder was? Fahren Sie weiter, verstanden? Du kennst meinen Mann nicht. Er will mich nur bei sich hatten. Das ist alles. Ich würde mir nichts tun. Gelebt nicht. Fahren Sie ran. Danke für alles. Wenn wir noch zum Flughafen. Ja. Er hat sich von den Typen anfassen lassen. Lass die Finger weg von solchen Frauen. Wie spät ist das? Wir haben sie. Okay. Wir sind gleich da. Besser, du legst das jetzt an. Nein. Jasmin. Ich will es nicht. Jasmin. Das ist mir egal. Du legst das jetzt an. Lass mich in Ruhe. Du legst das jetzt an. Ich will das aber nicht. Ich will das nicht. Lass mich in Ruhe an! 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 Kannst du Arabisch? Ja. Was steht da? Enschallah. So Gott will. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020